Hallo zusammen. Selten haben wir ein Thema so lange verschieben müssen, wie das Video mit Tobias Kramer heute von DCP Portfolio zum Thema Discount-Zertifikate und wie er, wie du es einsetzt, mit dem Beispiel Microsoft. Microsoft habt ihr gestimmt dafür Mitte des Jahres und heute ist es endlich soweit, Tobias. Ich bin froh, dass wir noch im Jahr 2023 schaffen. Hallo. Und es lag nicht an dir, sondern vor allem an mir wegen der OP, das ist ja auch klar. Ich bin ja vor allen Dingen froh, dass du wieder da bist, dass es dir und deinem Auge wieder so gut geht, dass wir gucken können, dass du gucken kannst, dass wir Videos zusammen aufnehmen können und ja, das Thema war schon ein paar Mal, glaube ich, terminiert und dann kamen gesundheitliche Aspekte eben dazwischen, wo man dann eben auch mal im realen Leben feststellt, dass es zuerst mal immer darum geht, gesund zu bleiben und man sich dann um seine Investments kümmern kann und genau in der Reihenfolge machen wir es heute eben auch. So ein Zertifikat, Discount-Zertifikat kann man auf unterschiedliche Weisen erklären. Wenn ich jetzt anfange, würdest du wahrscheinlich etwas ganz anderes sagen und die Zuschauer sagen sich, was denn nun? Deswegen gebe ich nur eins mit. Ja, richtig, wir haben hier ein verbrieftes Derivat. Dieses Grundrisiko sollte sich jedem bewusst sein, aber das sollte auch jeder wissen, wenn er so ein Produkt kaufen möchte, wobei diese Risiken sehr, sehr überschaubar sind. Und jetzt an dich, Tobias, wenn ich dir sage, mit Tobias, die das ganze Weg hatten, wie funktioniert das? Erklär doch mal, was würdest du mir dann sagen? Oder würdest du erst mal sagen, ich erkläre es dir, aber ich berate dich nicht? Zunächst mal müssen wir in der Tat sagen, Beratung ist das, was wir machen, überhaupt nicht. Einfach mal den DZB-Portfolio-Disclaimer eingeblendet, dass wir in der Tat keine Anlageberatung machen, dass wir keine Empfehlungen abgeben. Was wir hier mitunter zeigen, sind reale Auswahlen auf der Website der Börse Stuttgart und zum anderen ein paar Transaktionen, die ich in der Tat bei DZB-Portfolio mit Echtgeld, ich kann das ja nicht anders, durchgeführt habe und wo wir auch mal zeigen wollen, wie ein ganz vernünftiger Einsatz von einem Discount-Zertifikat zu einer Verdopplung einer Aktien-Performance führen kann. Und das ist dummerweise auch kein Hinweis darauf, dass es in der Zukunft immer so weiter funktioniert, aber wir haben jetzt einfach mal über einen längeren Zeitraum ein paar Transaktionen, sind jetzt an der Zahl 5 mit Microsoft gemacht und wollen euch da mal mitnehmen. Und das ist ein Anwendungsbeispiel für Discount-Zertifikate in der Praxis und mein Lieblings-Erkläransatz ist eigentlich immer der einer limitierten, terminierten Kauforder. Das terminiert steht jetzt zwar nicht auf der Folie, aber das ist noch wichtig mit dazu zu sagen, weil ihr bei einem Discount-Zertifikat nicht so sehr von der Grafik jetzt verwirren lassen, sondern auf zwei Dinge achten. Bei einem Discount-Zertifikat sind zwei Sachen enorm wichtig, nämlich einmal der Cap. Bis zu diesem Betrag, bis zu diesem Niveau nehmt ihr 1 zu 1 an der Kursentwicklung der Aktie oder des Index und so weiter teil. Also die erste wichtige Information, die ihr bei einem Discount-Zertifikat haben müsst, wo ist eigentlich der Cap? Bei einer Microsoft, die so bei 360, 70, 80 US-Dollar notiert, könnt ihr also zum Beispiel sagen, ich möchte ganz gerne bis 450 weiter teilnehmen. So, dann habt ihr ein positives Szenario. Dann bekommt ihr aufgrund der Konstruktion des Discount-Zertifikats, die machen wir gleich noch ein bisschen, die Aktie ein Stück günstiger und nehmt, weil ihr auf eine Chance nach oben hin verzichtet, an der Wertentwicklung teil, aber eben nicht über 450 US-Dollar obendrein. So, die andere Variante ist, ihr seid gar nicht so richtig einverstanden damit, wo diese Aktie steht, sagt, ihr wollt von daher den Cap eigentlich lieber leicht oder etwas stärker unterhalb des aktuellen Kursniveaus angebracht haben. Und dann ist es eben die sogenannte limitierte, terminierte Kauforder, die dafür aber auch mit einer sehr, sehr ansehnlichen Rendite um die Ecke kommt und wie sich auch da solche Renditen und so weiter dann verteilen können und wie sie sich darstellen, sehen wir hoffentlich gleich auf der Website. Da bin ich jetzt selber gespannt, weil das habe ich in der Vorbereitung nicht gemacht, aber wir sehen es hier auch ein Stück weit an der Grafik, die im Monom den Fall zeigt, was passiert eigentlich, wenn ein Investor bei einem Preis von 100 in die Aktie investiert. Und wenn der Cap eben bei 107 angebracht ist, dann gibt es eben bis zu einem bestimmten Betrag eine positive Entwicklung. Und wenn ihr euch wundert, warum denn die Performance des Discount Zertifikats hier gleich oberhalb der Performance der Aktie liegt, dann ist das dem Umstand geschuldet, dass ihr für das Weggeben der Chancen, der Partizipationschancen nach oben einen Rabatt, einen Discount bekommt und deswegen günstiger in diese Aktie einsteigt. Und bevor wir uns, bevor wir uns, glaube ich, weiter dann damit beschäftigen, Richi, hast du auch noch eine Ergänzung und vielleicht gucken wir uns das Ganze dann einfach auch mal am Beispiel für eine Microsoft-Aktie wirklich auch an und zwar mit einem Beispiel, was du gerne vorgeben kannst. Ich gehe schon mal auf die Website und bereite mich darauf vor, so ein paar Vorgaben von dir zu folgen. Also zwei Dinge sind mir wichtig, dass man einfach sagen kann, mit diesem einen Produkt kann man eigentlich für zwei Szenarien sich aufstellen, wie du es schon gesagt hast. Einmal, wenn man der Meinung ist, die Aktie, die ist kurz und jetzt schon mal gut bewertet, ich glaube, die wird auch zukünftig steigen, aber die wird jetzt nicht 100% in der kürzesten Zeit machen und da möchte ich eben mit einem kleinen Abschlag rein und dann bin ich schon zufrieden. Ich habe auch ein Kursziel, wo ich glaube, ja darüber wird sie nicht gehen und dann kann ich eben mit dem Discount-Zertifikat das Kursziel mitnehmen und sogar noch etwas durch den Discount das Ganze mit dem Performance Plus machen. Oder, das zweite Beispiel, wir sprechen auch vom sogenannten Deep-Discount, das du uns heute zeigst, ist einfach, die Aktie mag ich ja, aber zu dem Preis jetzt ist immer einfach zu hoch bewertet. Ich würde ganz gerne in der Zukunft einsteigen und will mir jetzt schon versuchen, einen günstigeren Einstieg zu sichern und das wäre so in einer Deep-Discount und ich glaube, das Beispiel nehmen wir jetzt auch. Danke, dass du unsere Seite aufgerufen hast, hier haben wir einen Discount-Zertifikate-Finder und du hast schon mal ausgewählt, dass wir auf die Microsoft-Aktie einen klassischen Discount-Zertifikat auswählen wollen. In Euro steht die aktuell irgendwo bei 338 Euro und jetzt, ja wir sprechen über die Microsoft, über eine Einzelaktie, auch da keine Beratung, keine Empfehlung. Ich selber habe dir auch ein Portfolio und Tobias, da du das Beispiel auch von DCB-Portfolio zu diesem Wertpapier aufziehst, gehe ich davon aus, bei dir liegt das oder eine Zertifikaterin auch irgendwo ein Portfolio. Das sollten wir immer der Transparenz halber sagen und wir werden auch von dir nachher noch hören, was du aktuell zu Microsoft so denkst. Auch das, wieder keine Beratung, keine Empfehlung, ich weiß, das ist langweilig, ich muss es aber dazu sagen, aber ich habe schon vorweg mitgenommen, dir selber ist die Aktie jetzt einfach noch ein Stückchen noch zu teuer, vielleicht in der Zukunft mal lohnenswert. Würdest du ganz gerne das Depot nehmen zum 300 bis 310 Euro, kann ich das ungefähr so sagen? Du kannst von bis sagen, du kannst aber auch genau sagen, du sagst 300, wir können es ja genau auf 300 eingrenzen und dann reduziert sich eben die Anzahl von im Moment 815 Ergebnissen, die gefunden werden, auf noch 250 Ergebnisse. Und jetzt unterscheiden sich diese Produkte eben vor allen Dingen, wir hatten ja eben schon gesagt, also das eine, was wichtig ist, ist der Cap. Das ist die Obergrenze. Mehr als 300 US-Dollar gibt es bei dieser Wertentwicklung nicht und von daher steht die Aktie jetzt drüber. Also ihr seid in dem Moment einigermaßen skeptisch für den Aktienkurs, aber nicht fürs Unternehmen. So und jetzt geht es darum, bis zu welchem oder zu welchem Zeitpunkt soll denn da die Entscheidung fallen, ob ihr jetzt die Aktie eingebucht bekommt oder den entsprechenden Gegenwert der Aktie eingebucht bekommt, beziehungsweise ob es den Maximalbetrag eben zurückgeht und ihr die Maximalrendite einschreibt. In welchem, über welchen Zeitraum reden wir hier bei dir, Richi? Nächste halbe Jahr, was hältst du davon? Was sollst du wirklich sagen, Juni, Juli, Juli, August? 1. Juli bis letzter August? Im Juni dürfte eine ganze Menge an Fälligkeiten sein, also von daher gehen wir vielleicht wirklich mal so ran. Und ich stelle dann gerade fest, dass ich gerade das falsche Datum eingegeben habe, aber es gibt ja nichts, was man nicht korrigieren kann. Du kannst auch von Hand eingeben, wenn du diesen Kanal nicht so magst. Ja, wir haben ja gesagt, ich äußere mich nicht zu Websites und Usabilities und so weiter. Das ist für alle Beteiligten an der Stelle besser. Wir haben jetzt hier also 10 Discount-Zertifikate übrig. Wir suchen und gucken uns an, Discount-Zertifikate auf Microsoft mit einer Partizipationsgrenze bei 300 US-Dollar, die irgendwann im Juni fällig werden. Und jetzt sortieren wir das Ganze mal nach der maximalen Rendite. Wir könnten jetzt noch ein bisschen über maximale Rendite und seitwärts Rendite philosophieren. Das kann man nochmal in einem Level 2 machen. Wenn wir ein optimistisches Szenario spielen, dann ist das von Relevanz. Aber wir sehen hier eben, dass es ein Produkt gibt von Morgan Stanley, was eine maximale Rendite anbietet von 8,47 Prozent. Und wir sehen obendrein auch noch, dass es von Vontobel, von Citi, von BNP, von HSBC, von Sockgen und von Unicredit allesamt Produkte gibt, die auch über 8 Prozent rentieren. Und dann gibt es hier irgendwie drei Produkte von Emittenten, wo die Renditen deutlich niedriger sind. Naja, die scheiden dann wohl offensichtlich aus. Und wir gucken uns einfach mal genauer beispielsweise dieses Produkt hier von Morgan Stanley an und gucken da mal in das Porträt auf der Euwax-Website und hier erstmal mit vielen Informationen sofort konfrontiert werden. Aber im Grunde genommen das Wichtigste sofort sehen. Wir sehen Microsoft, wir sehen Discount, wir sehen 300. Damit weiß ich im Grunde genommen sofort durch diese Art der Darstellung, dass 300 offensichtlicher Cap ist. Wir sehen, dass es Call ist. Das ist für Anleger dann vielleicht im ersten Moment ein bisschen missverständlich. Es bedeutet letztendlich nichts anderes, als dass ihr hier eine Investition tätigt, die von aufwärts gerichteten Kursen partizipiert. Und MS steht dann eben für Morgan Stanley. Und ihr seht hier, dass ihr dieses Produkt im Moment eben für 263 Euro kaufen könnt. Und jetzt haben wir ja gesagt, wir machen ja die Microsoft. Wir haben uns also gleich ein Beispiel überlegt, was jetzt, naja, was ein kleines Problem deswegen darstellt. Weil wir müssen natürlich bei dem aktuellen Szenario wissen, worum geht es dann überhaupt, wenn wir mal in der einheitlichen Währung reden. Da wir auf der Börse Stuttgart Seite ad hoc jetzt nicht in real und den live Währungskurs sehen, muss ich mal kurz auf mein iPhone schielen und sehe, dass der Euro-US-Dollar bei 1,09 Euro notiert. Also, wenn ich jetzt sage, ich hätte hier diese 203 Euro, ich hätte diese 263,44 Euro, die es im Moment gerade sind, zu investieren, dann wären das ja 1,09 US-Dollar. Und damit würde ich also dieses Discount-Zertifikat, was eine Partizipationsgrenze hat, von 300 US-Dollar zu einem umgerechneten Preis von 287 US-Dollar und 15 US-Cent kaufen. Das ist der Deal dabei. Und was ist daran cool? Naja, also wenn ihr sagt, die Microsoft-Aktie steigt, ist darum ehrlich zu sein, gar nichts cool. Dann ist es das falsche Produkt. Aber wenn ihr sagt, die Microsoft-Aktie fällt ja, die fällt ja von im Moment irgendwie 380 US-Dollar auf beispielsweise 340, 320 und vielleicht sogar auf die 300, dann ist es cool, weil ihr habt diese Partizipationsteilnahme bis zu 300 für 287 gekauft. Das heißt, was man hier machen kann, ist die 300 US-Dollar, diesen 287,15 Dollar, machen wir mal die komischen 0,04 Dinger da raus. Und dann habt ihr eben sofort die Situation, dass ihr bezogen auf die nächsten 6 Monate, um die es ja hier geht, 4,47% mit dem Discount-Zertifikat an Plus machen könnt, wenn die Aktie erstens bei in der Tat 300 oder darüber schließt am Bewertungstag. Und wenn der Währungskurs gleich bleibt. Das heißt, hier muss man eben auch noch dazu sagen, wenn sich der Währungskurs nachteilig verändert, kann das auch, wie bei der Microsoft-Aktie ja auch, negative Konsequenzen haben. So, also jetzt Taschenrechner wieder zu und jetzt nochmal die wichtigen Sachen ins Gedächtnis rufen. Bei diesem Wert umgerechnet waren es 287,5 US-Dollar, die es dann in irgendeiner Form so sind. Und das heißt im Grunde genommen, dass ich 12,50 Dollar auf meinen Einsatz machen kann. Und da eben auch nochmal in Erinnerung rufen, dass wenn sich der Währungskurs irgendwie merkwürdig verhält, dass ich dann von diesen 12,5 Dollarn weniger Euro habe, als ich sie Euro heute hätte. Oder wenn er sich nett verhält und der Euro weiterhin abschmiert gegenüber dem US-Dollar, dann habe ich eben noch ein bisschen mehr. Also das sind Chancen und Risiken in einer Verpackung. Da könnt ihr auch entscheiden, ob ihr das haben wollt, ob ihr das eingehen wollt. Denn natürlich gibt es solche Produkte im Zweifelsfall auch mit einer Währungssicherung, aber wir wollen es nicht noch zusätzlich verkomplizieren. Wir gehen wieder zurück ein bisschen in die Theorie und wollen nochmal ein bisschen auf die Sachen eingehen, die es hier so gibt. Also Funktionen, wir haben den Discounter, der zahlt dem Inhaber bei Fälligkeit den Kurs des Basiswerts zurück. Und zwar nochmal bis maximal zum Höchstbetrag, den Cap. Einstieg in den Basiswert erfolgt mit dem Abschlag, das ist der Discount. Zum aktuellen Börsenkurs, weil ihr ja auf etwas verzichtet. Ihr verzichtet auf die Kurssteigerung über der 300 in dem Beispiel von eben oder über was auch immer in einem anderen Beispiel. Während der Laufzeit ist das Ganze perfekt und jederzeit veräußerbar. Perfekt ist aber nicht für euch die Nachvollziehbarkeit des Preises von Discount-Zertifikaten, weil die hat ein paar Einflussfaktoren, die nicht immer so ohne weiteres intuitiv und spontan nachvollziehbar sind. Also von daher geht vor allen Dingen auf eure Zielrendite und auf euren Zeitraum, den ihr da haben wollt. Denn die Zielrendite, die ist planbar. Die wird zwar nicht immer erzielt, was aber im Wesentlichen daran liegt, dass manchmal ja auch Aktien etwas anderes machen, als ihr euch vorgestellt habt. Das heißt, wenn ihr Recht habt, dann könnt ihr eure Geldanlage damit traumhaft optimieren. Wenn ihr nicht recht habt, dann seid ihr bei einem Discount-Zertifikat, zumindest in der erfreulichen Situation, dass ihr zwar bei Verlustphasen der Aktie immer besser abschneidet als mit der Aktie selbst. Aber wenn die Aktie sich halbiert und ihr nur 40 Prozent Minus macht, ist das Trostklaster vielleicht auch nicht unbedingt groß. So ansonsten großes Produktangebot. Das habt ihr eben in der Übersicht ja sehen können, dass da einige Emittenten auch um eure Gunst ringen. Und von daher habt ihr gerade bei den großen Werten eine schöne Möglichkeit, Justierung von Chance, Risiko und vor allen Dingen auch durch Konkurrenzwettbewerb eine attraktive Rendite zu erzielen. Vorteile haben wir nochmal aufgeführt. Wichtig ist vielleicht auch ein paar Nachteile nochmal zu sagen, weil Vorteile haben wir oft genug jetzt gesagt. Nachteile sind, naja, in dem Moment, wo ihr Performance-Möglichkeiten abgibt, ist eure Ertragschance eben begrenzt. Das sollten wir deutlich sagen, zum Preisverhalten während der Laufzeit habe ich schon was gesagt, das ist eben da. Es gibt auch ein Verlustrisiko, denn auch in dem Beispiel, was wir eben hatten, kann ja diese dusselige Microsoft-Aktie nicht nur unter die 300 US-Dollar fallen, sondern sie kann frecherweise auch unter die umgerechnet ermittelten 287 US-Dollar 50 fallen und dann seid ihr im Minus. Aber ihr merkt schon, der Aktionär, der im Moment bei 370, 380 einsteigt, der hat bei einem Kursrückgang auf die 250 zum Beispiel natürlich einen deutlich höheren Kursverlust, nämlich in dem Fall von 130 US-Dollar, als der Anleger, der die 287,50 bezahlt hat, der liegt eben dann 37,50 hinten. Also von daher, das Verlustrisiko ist da, aber es ist eben geringer. Es tritt vor allem auch etwas später ein, als bei der Direktinvestment, aber absolut richtig, bei einer Halbierung tut es trotzdem weh. Es ist schön, dass man ein bisschen weniger verliert, aber der Verlust ist definitiv trotzdem da, wie bei jedem Aktiengeschäft auch. Risiko ist da. Also dann haben wir das Emittentenrisiko, denn ihr gebt euer Geld ja nicht in die Microsoft-Aktie, sondern ihr gebt beispielsweise, in dem Beispiel von eben Morgan Stanley, ihr leiht denen quasi das Geld, damit die euch dieses Rückzahlungsprofil auf die Microsoft-Aktie darstellen können. Und wenn Morgan Stanley pleite gehen würde, dann habt ihr mit eurer Geldanlage eben auch ein Problem und dann werdet ihr irgendwann in Höhe der Insolvenzquote auch abgefunden und das errechnen wird. Also muss man eben auch sagen, ist aus meiner Sicht ein sehr, sehr vertretbares Risiko. Also nicht zuletzt deswegen habe ich da auch diverse 10.000 Euro drin investiert, aber auch immer mit einer Verteilung auf verschiedene Emittenten. So, Nachteil ist auch noch, müssen wir auch sagen, viele Einflussfaktoren auf Produktkonditionen. Wir haben die Zinsen, wir haben Volatilität, wir haben die Dividende. Das muss man eben mit berücksichtigen, dass alle Änderungen in diesen Bereichen auch Änderungen beim Preis eines Zertifikats nach sich ziehen. Gut, und in einer Zeit von, also historisch muss man das ja immer noch hervorheben. Historisch haben wir immer noch niedrige Zinsen und aufgrund der positiven Märkte haben wir auch immer noch relativ niedrige Volatilitäten. Also es war schon mal deutlich attraktiver, in solche Produkte zu investieren. Da fällt auch da, je höher die Schwankung ist, also die Volatilität, die du angesprochen hast, je größer ist der Bonus oder das Zuckerle, das wir bekommen, weil einfach der Rabatt, den man erhält auf die Aktie, stark davon abhängig ist, wie groß die Schwankung ist. Und je größer die Schwankung bei der Aktie ist, je mehr Vergünstigungen kann man erhalten. Und wenn die Aktie gar nicht schwankt und nur seit ihr läuft, gibt es dann noch ganz, ganz, ganz geringe Vergünstigungen bei so einem Discount-Zertifikaten. So, das Coolste bei Discount-Zertifikaten ist aber wie bei verschiedenen anderen Produkten auch, dass ihr beim sogenannten Settlement ganz oft eine Wahlmöglichkeit habt. Denn Settlement heißt, was passiert eigentlich am Ende der Laufzeit, wenn in dem Fall die Microsoft-Aktie von eben den unterhalb des Caps notiert. Dann gibt es ja zwei Möglichkeiten. Entweder ihr bekommt eins zu eins den Aktienkurs zurückerstattet, weil Aktie liegt unterhalb von Cap. Also Beispiel nochmal die 250. Dann bekommt ihr eben 250 US-Dollar geteilt durch Umrechnungskurs auf euer Geldkonto gebucht. Oder wenn es richtig schön ist, dann habt ihr nämlich gleich diese Transaktion auch hinter uns. Da kriegt ihr gleich die Aktie eingebucht. Und wir werden gleich in den Beispielen auch sehen, dass uns das in der Tat mal passiert ist, dass sich dann genau das bewahrheitet hat, was wir wollten, dass nämlich unser Kursniveau erreicht wurde und wir dann die Aktie eingebucht bekommen haben. Und das ist dann die sogenannte physische Lieferung. Aber wichtig, Wahl heißt nicht, am letzten Tag ruft euch jemand an und sagt, na, hättet ihr gern Geld oder die Aktie, sondern ihr habt die Wahl beim Kauf des Produktes. Manche Produkte haben ein Cash-Settlement und manche Produkte haben eine physische Belieferung. Also da musst du davor schon darauf achten, weil wenn er das Ding einmal gekauft hat, dreht sich das nicht nochmal. So und jetzt steigen wir mal ein in die von mir sogenannte konservative Performance-Verdoppelung in fünf Akten. Und wichtig dabei ist, das ist bisher real passiert. Und real passiert heißt bis gestern. Bis gestern am 14.12. war es genau so, dass wir gestern eine Position aufgelöst haben und unsere fünfte Microsoft-Position seit, weiß ich nicht genau, Information kommt aber gleich, eingegangen sind. Zunächst mal, bevor wir anfangen, machen wir genau das, was wir vorhin schon gesagt haben. Wir gucken uns erstmal diesen Basiswert an, die Microsoft-Aktie und vergegenwärtigen uns, was für ein wunderschöner Chart das ist. Und stellen dann nochmal eine Frage, ist das wirklich ein wunderschöner Chart? Nee, ist es nicht. Denn guckt euch mal bitte genau die Jahre 2000 bis 2015 an. Da notiert nämlich die Microsoft-Aktie quasi permanent im Minus. Das ist für denjenigen Anleger, der diese 15 Jahre zu durchstehen hatte, nicht so angenehm gewesen. Für denjenigen von euch, der 25 Jahre lang einen Sparauftrag auf die Microsoft-Aktie hatte, der ist der King. Wenn es jemanden gibt, der im Jahr 2000 einen Sparauftrag auf die Microsoft-Aktie angefangen hat und den belegen kann, der darf sich bitte unbedingt mal bei mir melden. Das würde ich total gerne mal am realen Beispiel nachzeigen. Und dann gerne eine Mail, tkrama.dcb-media.de schreiben. Das wäre total spannend. Wir haben es angesagt und diesen Sparvertrag auch durchgehalten hat. Das ist das Wichtige vor allem dran. Genau. Also hier sehen wir, also grundsätzlich ist es natürlich eine schöne Sache, dass die Aktie von ihren anfänglich indizierten 100% jetzt bei 950% in etwa steht. Aber richtig krass ist es, wenn man sich überlegt, wenn man diese ersten 10 Jahre skippt und sich das Ganze mal ab 2010 anguckt, dann ist es nämlich von 100% auf über 2000% gegangen. Mit anderen Worten, eine Verzwanzigfachung der Aktie. Aber das sind ja vor allen Dingen vergangenheitsorientierte Kursdaten. Wir gucken uns ja lieber vergangenheitsorientierte Geschäftsdaten an, um mal so ein bisschen zu gucken, wie schaut es denn im Moment eigentlich aus. Und die Aktie, jetzt haben wir auch mal den realen Kurs. Schön, nach 30 Minuten in der Sendung haben wir das erste Mal, gucken wir das erste Mal rauf. Und wir sehen eine 366 US-Dollar Kursnotiz, die etwa eine Stunde alt sein dürfte am 14.12. 366 US-Dollar ist aktuell der Kurs der Microsoft-Aktie. Und dann gehen wir eben in den Kennzahlenbereich rein. Von den 366 sehen wir hier, dass das Kursumsatzverhältnis bei 12,5 liegt, dass die Gesellschaft Cashflow erwirtschaftet, auch sehr ordentlich Cashflow erwirtschaftet, aber ein Dollar Cashflow eben mit dem Faktor 43 bewertet wird. Also sehr, sehr ordentlich. Das Kursgewinnverhältnis ist bei 35. empfinde ich erschreckend hoch und wäre mir genau deswegen eben deutlich zu teuer, auch wenn es natürlich ein qualitativ hervorragendes Unternehmen ist. Und wenn ich sagen würde, also für 366 US-Dollar würde ich diese Aktie auf keinen Fall kaufen. Auf keinen Fall würde ich bei diesem Kursniveau zuschlagen wollen. Aber ich habe ja parallel dazu auch den Blick in beispielsweise in Gewinnerwartungen. Und wenn wir jetzt beispielsweise sagen, naja, für das Jahr, für das Geschäftsjahr 25, was bei Microsoft im Juni endet, also wir reden hier darüber, dass wir im Juni 25 irgendwas erwarten, da werden im Moment so 13 US-Dollar in den Raum gestellt. Und wenn ich auf 13 US-Dollar sage, naja, dafür wäre ich bereit, so ein Level von 325, also von einem 25er KGV zu akzeptieren für ein grundsätzlich tolles Unternehmen, dann würde ich mich damit zwar noch immer nicht so wohlfühlen und würde deswegen eben im Moment zu einer Abrundung kommen, genau auf dem Niveau, die Ritchie eben schon vorgeschlagen hat, nämlich so bei 300 US-Dollar sagen, da fühle ich mich wohl. Und wenn ich eben beispielsweise Ende 2024, nicht im Juni 2024, sondern Ende 2024, und wenn sich diese Geschäftsentwicklung dann so bewahrheiten, 300 US-Dollar für ein Unternehmen bezahle, was im Geschäftsjahr 25, was ein halbes Jahr später endet, eben diese 13 US-Dollar auch erwirtschaftet, dann würde ich eine Microsoft-Aktie mit 23 US-Dollar kaufen. Das wäre eben so der Weg. Und so kann man sich einfach sowohl dem Thema Cap als auch dem Thema Laufzeit annähern. Und das haben wir in der Vergangenheit eben diverse Male gemacht mit unserem eigenen Geld. Und die Geschichte, jetzt habe ich auch das erste Datum hier, fängt eben an, die ich jetzt nacherzähle, am 27.08.2021. Da haben wir in unserem DZB-Portfolio Discount Plus, wo wir die 20 besten Aktien der Welt, die unsere Leser mal gewählt haben, die bilden wir da ab, und zwar über jeweils eine Kursnachbildung von Zertifikaten. Das Ganze soll Risiken so ein bisschen reduzieren und soll auf lange Sicht dann eben eine attraktive, eine auskömmliche Rendite erwirtschaften. So, und was wir hier eben sehen, ist, wir haben damals ein Discount-Zertifikat gekauft für damals 212 Euro. Die Ausstattungsmerkmale bringen uns jetzt hier nicht weiter, weil wir dann in das ganze Thema, wie war das eigentlich damals so aufgeführt, rein müssten. Aber wir hatten dieses Discount-Zertifikat dann eben bis, das seht ihr hier schon, bis Mitte März 2022 gehalten. Und was ihr eben seht, ist die reale Wertentwicklung dieses Discount-Zertifikats. So, und da seht ihr, dass bei einer Microsoft-Aktie ein Kursplus herauskam von knappen 5% und dass bei dem Discount-Zertifikat, was wir damals gewählt haben, eine Kursperformance rauskam von 10%. Also haben wir in dieser Phase schon mal besser abgeschnitten als mit der Aktie selbst, aber waren zwischenzeitlich auch deutlich schwächer unterwegs. Denn im November 2021, im Dezember 2021 ist die Aktie dann eben zwischenzeitlich 20% im Plus gewesen und da waren wir mit unserem Discount-Zertifikat noch nicht mal bei 8% angekommen. Also von daher, das muss man dann eben immer genau mit berücksichtigen. Hier ging es dann eben so für uns ganz gut aus, dass über die Laufzeit hinweg das Ganze nochmal gedreht hat. Wir haben dann am 17.03. dieses Discount-Zertifikat verkauft mit dann einem entsprechenden Mehrertrag. Also aus dem vorher investierten Betrag ist ein bisschen mehr geworden und haben diese 10% Kursplus realisiert und müssen im Kopf eben behalten, dass der Microsoft-Aktionär in dieser Zeit 5% Plus gemacht hätte. Wir hingegen haben gesagt, nee, die Aktie ist immer noch zu teuer. Wir haben wieder ein Discount-Zertifikat gekauft. Wir haben gesagt, nee, wir sind störrisch, wir sind bockig, wir sind nicht bereit, diesen hohen Preis zu bezahlen, haben ein Discount-Zertifikat wieder gekauft, wieder so im Bereich von 216 Euro ausgegeben, haben dann insgesamt investiert 2600 Euro und haben gesagt, die Fälligkeit hier war vor nahezu einem Jahr am 23.12.22. So, wir reden also über den Zeitraum März 2022 bis Dezember 2022. Wer sich daran nicht so genau erinnert, gar kein Problem, habe ich vorbereitet. Denn in dem Zeitraum passierte es dann, dass die Microsoft-Aktie in der Tat auch mal auf die Idee kam, sich daran zu orientieren, was wir ja wollten, dass nämlich der Kurs gefallen ist. Und jetzt kommt eine ganz interessante Konstruktion zum Tragen, dass nämlich die Microsoft-Aktie um 15% gefallen ist, auch unter den Cap gefallen ist, da kommen wir gleich zu, auch unter den Cap gefallen ist, den wir uns ausgesucht hatten, aber wir trotzdem noch aufgrund unseres niedrigen Einstiegskurses einen sehr attraktiven Ertrag gemacht haben. Nämlich in etwa neun Monaten, ist das richtig? Ja, in etwa neun Monaten haben wir 8% Kurs plus realisieren können, während mit der Aktie ein Kurs minus von etwa 15% erzielt wurde. Und zwar immer unter Anrechnung von zwischenzeitlich auch vereinnahmten Dividenden. Ganz wichtig, weil das in vielen Vergleichen dann ganz gerne mal weggelassen wird. Aber wir wollten es hier so ehrlich wie möglich machen. Und ja, auf die Transaktionen seht ihr, wenn wir Steuern zahlen, dann sind die dann auch aufgeführt. Und wenn wir eben keine Steuern zahlen, dann sind die eben nicht mehr drin. Aber das ist ja im Übrigen bei einer theoretischen Betrachtung auch ganz normal. Also von daher bitte ich hier einfach um Verständnis. Und wir haben jetzt den zweiten Zeitraum abgeschlossen. Und dann ist Folgendes passiert. Wir haben die Microsoft-Aktie ausgebucht bekommen. Und HSBC, das war der Emittent damals, die im Übrigen auch ganz oft diese Auslieferungen dann machen, die haben dann nicht in US-Dollar oder Euro getilgt, sondern die haben uns zwölf Microsoft-Aktien in unser Depot eingebucht. Und jetzt waren wir genau in der Situation, wir hatten ja zweimal gesagt, also zu einem bestimmten Preis wären wir bereit, die Microsoft-Aktie zu kaufen. Und jetzt hatten wir sie. Und dann haben wir eben auch genau das gemacht, was man eben machen kann und haben diese Aktie gehalten. Und jetzt seht ihr als zweite Linie nicht irgendein Discount-Zertifikat, sondern einfach mal dem gegenübergestellt, dass wir dann eben auch noch vielleicht ein bisschen Timing-Glück hatten, dass nämlich von Ende Dezember 2022 bis zum 31.05.2023 die Microsoft-Aktie um knapp 38% gestiegen ist, während im gleichen Zeitraum der Nasdaq um 30% gestiegen ist. Also das war eine ganz schöne Entwicklung. Und da muss man ja nochmal in Erinnerung rufen. In der ersten Periode haben wir mit dem Discount-Zertifikat 10% plus gemacht. Mit der Aktie hätte man 5% plus gemacht. Also 10% zu 5%. In der zweiten Periode, ich blende dazu auch nochmal Sicherheitshaber die Grafik ein, in der zweiten Periode hätte man mit der Aktie knapp 15% minus gemacht. Dann ist also aus diesen 5% Kurs plus von vorher ein Gesamt-Minus von etwa 10% geworden. Während unsere 10%, die wir vorher schon hatten, nochmal um 8% aufgewertet wurden. Also dann insgesamt kumuliert bei etwa 19% Kurs plus gelandet sind. So und jetzt kommt eben der dritte Zeitraum. Jetzt hätte der, also der Microsoft-Aktionär, der hätte natürlich auch genau die gleichen 37,5%. Wir haben jetzt keine Out-Performance gemacht, aber wir haben quasi diese Out-Performance gemacht auf Basis einer vorher schon deutlich besseren Performance. Nämlich einmal 10% Kurs minus versus 19% Kurs plus mit dem Discount-Zertifikat. So und danach mit nochmal 38% obendrauf ist es so, dass der Microsoft-Aktionär inklusive vereinnahmter Dividenden bei 23,5% gewesen wäre und wir mit dieser Discount- und Aktienstrategie bei 64% Kurs plus. Und im Mai war da wieder der Punkt erreicht, wo wir gesagt haben, so jetzt ist aber auch gut und Schluss mit lustig, wir verkaufen die Aktie wieder. Jetzt haben wir einen schönen Profit gemacht. Das haben wir bei 311 Euro gemacht. Wenn wir jetzt mal sagen, der Kurs war ungefähr genauso, dann stand die Aktie damals also ungefähr bei 340, 345 US-Dollar. Und da waren wir eben der Meinung, ne, also jetzt reicht es wieder und haben uns wieder ein Discount-Zertifikat genommen. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, war es mit einem Cap von 280 US-Dollar. Und das haben wir dann eben umgekehrt, umgerechnet zu diesem Preis gekauft. Sicherlich eine begrenzte Ertragschance, aber besser einen kleinen Ertrag als ein dickes Kursminus. Und so haben wir eben hier wieder eine Position, wieder mit 12 Discount-Zertifikaten, wieder in Microsoft eingegangen. Und diese Position haben wir interessanterweise gestern verkauft. Und wir sind jetzt beim Akt 4 Microsoft, wir sind das dritte Mal in einem Discounter. Einmal waren wir in der Aktie investiert und haben jetzt hier eben die Situation, dass unser Discount-Zertifikat nur um 2,9 Prozent nach allen Gebühren und so weiter und nach den Kursdaten, die wir dann eben auch hatten. Bei den Verkäufen kann ich ja dann immer ganz korrekt auch sagen, welche Kursdaten hatten wir eigentlich, weil hier ist natürlich immer End-of-Day-Vergleich und so weiter. Da kann es zu leichten Differenzen kommen. Also wir haben ein Kursplus-Nachkosten von 2,5 Prozent gemacht, während die Microsoft-Aktie 8,6 Prozent Kursplus gemacht hat. Den Wert nehmen wir dann natürlich. Da nehmen wir nicht die unterschiedlichen Uhrzeiten und sagen hier eben dann 8,6 Prozent hat die Aktie gemacht. Das erhöht die Gesamtperformance des Microsoft-Aktionärs auf 34,1 Prozent, während wir auf unsere 64 Prozent, die wir bereits gemacht hatten, nur 2,5 Prozent obendrauf kriegen, aber dann trotzdem bei 68 Prozent liegen. Und deswegen sage ich konservative Performance-Verdopplung, weil mit diesen Transaktionen ist genau das gelungen, was wir dann jetzt eben feststellen können. Mit der Aktie hätte man 34 Prozent gemacht, mit der Kombination Aktie und Discounter haben wir, nicht hätten wir machen können, sondern haben wir real gemacht. Ich nehme gerne Wettangebote entgegen, dass wir das nicht gemacht haben. 10.000 ist der Einsatz. Dafür dürft ihr dann auch in alle Abrechnungen von mir reingucken und die sehen, die 10.000 werden dann gespendet. Aber falls irgendjemand der Meinung ist, das ist ja alles Blödsinn, gerne an mich wenden und bereit sein, 10.000 Euro bei der Behauptung auf den Tisch zu legen. Da freue ich mich sehr drüber. Vielleicht ist jetzt auch das mal ein Beispiel an die Kritiker. Du erzählst immer nur die positiven Sachen. Hier ist nochmal ein Beispiel, wenn das nicht Akt 3 sein oder der erste Akt gewesen wäre. Es gibt durchaus auch Szenarien, wo die Aktie definitiv auch mal besser laufen kann. Also es ist kein Lobgesang nur auf Discount sein, aber es zeigt mal, wenn man kontinuierlich diese Strategie weiterverfolgt und eine gewisse Meinung zur Aktie hat, dass man dann durchaus schöne Erträge generieren kann. Wenn man das nur einmal machen möchte, dann kann es natürlich auch mal der Markt, in Anführungszeichen, gegen einlaufen, weil die Aktie halt viel besser lief als erwartet. Was wir jetzt gemacht haben, das ist jetzt schon was Besonderes gestern für uns gewesen. Wir haben gestern bei unserem Kauf nicht mehr 12 Discount-Zertifikate genommen, sondern wir haben gestern das erste Mal in der Tat 14 Discount-Zertifikate genommen. Wir haben also die Gewichtung so ein bisschen nach oben hin angepasst. Einfach auch deswegen, weil die Gewichtung der Microsoft-Aktie im grundlegenden Portfolio gestiegen ist. Da stehen jetzt keine WKNs drauf. Das ist eben so. Wenn man über ein Pay-Produkt erzählt, dann will man die genauen Angaben dann schon den Abonnenten vorbehalten. Aber so ist es eben gestern gelaufen und die Statistik ist jetzt noch nicht so besonders lang. Wenn ich geahnt hätte, dass wir erst um 16.43 Uhr bei dieser Grafik sind, dann hätte ich den Screenshot nicht um 14 Uhr oder um kurz vor 15 Uhr gemacht, sondern eine Stunde später. Aber so stand es dann eben so. Jetzt ist jetzt, also mit der Grafik geht es dann eben in den nächsten Monaten immer weiter und damit wird der Vergleich laufen und der hat jetzt eben gestern natürlich nicht zu dem Kurs, zu dem wir gekauft haben, gestartet und ist jetzt auch noch nicht so richtig maßgeblich und auch nicht wirklich relevant, wie es im Moment dasteht. Wir haben jetzt in der Tat ein Discount-Zertifikat in der Tat auf den Cap von 300 Euro auch genommen. Also die 300 finde ich schon ganz gut. Ich habe bei der Fälligkeit, habe ich einen etwas anderen Zeitraum gewählt, bin etwas länger unterwegs, aber grundsätzlich ist es genau die Herangehensweise, wo man eben sagen kann, da ist man dann investiert. Und wie man an der Aufstellung eben auch nochmal sieht, gibt es dafür eben eine annualisierte, ganz wichtig, eine annualisierte, deswegen ist die PA-Angabe hier wichtig, Rendite, Chance, auch das wichtig, Rendite, also diese Rendite, sowohl die Maximalrendite wie auch die Seitwärtsrendite wird eben nur dann vereinnahmt, wenn der Währungskurs 1 zu 1 der gleiche ist und kann eben positiv beeinflusst werden, wenn der Euro an Wert verliert und negativ beeinflusst werden, wenn der Euro an Wert gewinnt. Und diese 8,47 gelten eben vor allen Dingen dann, wenn der Kurs auf und über 300 US-Dollar bleibt. Das ist die wesentliche Kennzahl dabei eigentlich. So, jetzt eine Frage, würdest du sagen, oder deine Erkenntnisse daraus, für welche Aktien oder für welche Einstellung zu einer Aktie macht so eine Strategie von deiner Seite aus Sinn? Ich meine, es passt. Aktien, die ich haben will oder die ich habe, wo ich aber sage, also, 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 ja, wo man beispielsweise sagt, und das ist ja genau das, was wir lustigerweise in der Vorbesprechung hatten, was wir aber vorher uns gar nicht angeguckt haben, wir nehmen jetzt einfach mal diesen komischen Cap raus und wir sagen jetzt einfach mal was ganz anderes, als das, was wir vorher gesagt haben. Wir sagen, also, wir gehen weiterhin in den Juni, aber wir sagen, die Aktie steht ja jetzt gerade so bei 366 Dollar, wie wir festgestellt haben. Und wir sagen, also, aus irgendwelchen Gründen sind wir der Meinung, dass diese Aktie also auf gar keinen Fall über die Marke von 400 geht. So, und wenn das die Maßgabe ist, dann haben wir eben andere Produkte und dann haben wir auch gleich einen Unterschied bei der Seitwärtsrendite und der Maximalrendite. Und das wäre jetzt nochmal ein separates Kapitel, da einzusteigen, aber das soll im Grunde genommen vor allen Dingen eins zeigen, dass ihr eure Ertragschancen damit optimieren könnt, dass ihr das wirklich anhand eurer persönlichen Einschätzung anbelangt. Ich wäre, also, wenn ich die Microsoft hätte, dann würde ich im Moment eher Wert darauf legen, wieder günstiger einzusteigen. Deswegen machen wir es ja auch genau so. Aber zugegebenermaßen machen wir es auch deswegen so, weil wir einen, weil wir vor allen Dingen auch zeigen wollen, wie man damit sein Risiko optimieren kann und nicht so sehr für uns im Mittelpunkt steht, wie man Rendite optimieren kann. Also, wir wenden uns bei diesem Teilkonto von DZB-Portfolio eben vor allen Dingen auch an Leute, die wirklich eine Risikooptimierung vornehmen wollen und nicht so sehr sagen, ich muss damit jetzt unbedingt mehr Geld verdienen als bei der Aktienanlage. Dann würde ich bei der Produktauswahl anders rangehen müssen. Also, das muss man schon sagen. Aber eine Microsoft, wenn ich die zu 300 US-Dollar wieder kriege, dann bin ich da grundsätzlich mit einverstanden. Dann ist sie zwar noch nicht grotesk günstig, nur dummerweise, also wenn ich auf Kursniveaus gehen würde, wo sie grotesk günstig ist, dann sind auch, dann verändert sich eben auch da das gesamte Chance-Risiko-Verhältnis dahingehend, naja, dass ich dann einfach eine sehr, sehr geringe Chance noch noch habe. Ja, klar, auch mit dem dann deutlich geringeren Risiko, also wenn ich den Cap beispielsweise bei 200 oder 150 US-Dollar ansetzen würde, dann gehen meine Ertragschancen eben radikal in den Keller. Das ist eben dann das, was man mit berücksichtigen muss und weswegen man eben ein Discount-Zertifikat wählt. Aber ganz wichtig, ich persönlich setze Discount-Zertifikate vor allen Dingen deswegen gerne als limitierte, terminierte, attraktiv mit Rendite ausgestattete Kauforder ein, weil ich so eben in der Tat im Gegensatz zu einer Kauforder, die den Vorteil hat, dass sie jederzeit ausgeführt werden kann, eben aber eine attraktive Rendite bekomme und je positiver und optimistischer ich für einen Wert bin, desto kürzer kann ich Intervalle auch schalten oder desto näher kann ich im Übrigen auch den Kurs und den Cap aufeinander einrichten. Also ich hatte das mal vor zwei Jahren bei einer Microsoft, Entschuldigung, nicht bei einer Microsoft, sondern bei einer Amazon-Aktie getan und da, ich will das mal so formulieren, da wurden wir etwas früh mit Aktien versorgt, also haben noch eine ganze Menge auch von dem Kurs Minus, weil ich mir zu dem Zeitpunkt gar nicht vorstellen kann, dass eine Amazon-Aktie so tief fällt, haben wir eine ganze Menge von dem Kurs Minus auch erstmal mitgenommen, haben dann auch die Erholung von mitgenommen, weil wir die Aktie immer noch haben und jetzt auch mit der Aktie im Plus liegen, das heißt also insgesamt jetzt die Bilanz auch besser aussieht, aber sie war mit etwas mehr Unruhe auch erkauft. Ja, also es gibt dann eben auch genug Beispiele und in den DCB-Portfolio-Veranstaltungen zeigen wir auch eine andere Zertifikate-Konstruktion, mit der wir streckenweise schon 50% im Minus lagen, aber aufgrund der Struktur des Zertifikats und aufgrund der Grundüberzeugung für den Basiswert wir komplett entspannt bleiben konnten und mittlerweile eben sich dieses Kurs Minus von 50% auf 15% reduziert hat und im Moment eine Chance-Risikokonstellation hat, wo wir wissen, wenn die Aktie nur so bleibt, dann machen wir bezogen auf Laufzeit eine schnelle 43% Plus, weil jetzt ist sie wieder genau in der attraktiven Bandbreite ihrer Auszahlung und man muss die Produkte verstehen, man muss sie danach auswählen und Menschen, die bei der Auswahl vielleicht an der einen oder anderen Stelle ein bisschen überfordert sind, denen erklären wir es in den Fassungen von DCB-Portfolio gerne, auch ausführlicher und wenn ihr jetzt vor dem Rechner sitzt und fragt, ich hätte 27 Fragen, die ich dazu loswerden wollte, dann nehmt vielleicht einfach mal bei einer Live-Veranstaltung von DCB-Portfolio teil, weil da könnt ihr genau diese Fragen auch live stellen und denen, also wenn es nicht gerade 27 Fragen sind, ist davon auszugehen, dass ich den ganz großen Teil der Fragen auch wirklich beantworte und mir dafür gerne Zeit nehme. Hier haben wir ja den Nachteil, dass nur Ritschi sich gelegentlich dann mal bemerkbar macht und sagt nach dem Motto, hallo, 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 wie ist das eigentlich und so weiter. Vielleicht machen wir auch ein YouTube-Live-Video mittlerfristig mal, könnten wir auch uns mal überlegen, also das Thema war interessant. Was einfach auch noch, ich zu meinem Randbemerkung mit dazu steuern muss, ist natürlich auch eins, die Steuer, wenn man wirklich im Halbjahrestakt was tut, die darf ein Privatplan, die Privatperson muss die halt mit berücksichtigen, wenn man halt ein Vermögensverwaltungs-GmbH zum Beispiel hat, für die Steuern, für die Erträge zwischendrin, nicht ganz so zu buchen schlagen, ist es attraktiver, muss man ehrlich sagen, wenn man halt hier im Halbjahrestakt Gewinne erwirtschaftet, die immer wieder versteuert werden müssen, macht es das vielleicht nicht mehr ganz so attraktiv, aber nichtsdestotrotz mit den Prozentzahlen, die du gerade genannt hast, auch dann wäre es in dem Fall definitiv lohnenswert gewesen. Also, ja, das stimmt natürlich zum Teil. Auf der anderen Seite muss man natürlich dann fairerweise auch noch eins berücksichtigen. Ich mache zwar zwischenzeitlich immer mal wieder Verkäufe und Neuanlagen, aber wenn du eine Microsoft-Aktie jetzt die ganze Zeit in der Tat hältst, dann verkaufst du sie am Ende auch irgendwann und dann gibst du ja auch eine Steuer auf den Gesamtgewinn. Das wird bei so einer Transaktion immer vergessen, dass man dann sieht, ja, bei den Zertifikaten, da zahlt man aber regelmäßig dann eine Abgeltungssteuer, das ist ja voll blöd. Und ja, schön, wenn ich nicht berücksichtige, dass ich bei meinem Verkauf der Microsoft-Aktie, die sich irgendwie verdoppelt oder verdreifacht haben könnte, eben dann auch eine Steuer zahle und dann aus 100 Prozent Kurs plus eben nur noch 74 Prozent übrig bleiben. Ja, das muss man dann eben auch mit berücksichtigen. Klar, also das ist in allen Bereichen so. Deswegen ist es ja hier auch ganz praktisch, dass es wirklich komplett ohne Steuer ist, weil so können wir es schön vergleichen. Und es wäre aber im Zweifelsfall auch kein großes Problem, jeweils die 25 Prozent reinzurechnen und zu sagen, naja, da ziehen wir die dann eben mal ab. Und wenn wir das jetzt auf die Transaktion, also auf die Transaktion von uns habe ich es nicht vorbereitet, aber ich kann ja auch noch mal sagen, der Microsoft-Buy-and-Hold-Mensch, der hat ja vorhin die bezeichneten, irgendwo war es, 34 Prozent. Moment. Hier war es, hier war es. Hier sind die, also hier war der, das war der Zeitpunkt am 14.12. gestern, wo der Microsoft-Aktionär bei 34 Prozent Kurs plus mit Dividenden gewesen wäre. Die Dividenden dürften in dem Zeitraum jetzt nicht so viel sein. Also dann wäre er vielleicht bei, also die wären im Übrigen auch schon versteuert gewesen. Ja, so ist es nämlich auch bei Dividenden. Also nehmen wir mal die 34,1 Prozent, sagen darauf gibt es 25 Prozent Steuern. Dann sind wir bei 17, dann sind wir bei 8,5. Wegen den Solidaritätszuschlag runden wir auf 9 auf und dann sind wir eben bei, statt bei 34 Prozent bei 25 Prozent. Und da werden wir mit der Discounteranlage trotzdem noch besser unterwegs sein. Also da bin ich sehr, sehr entspannt. Und ja, man muss Steuern berücksichtigen, aber ich pflege ja da auch zu sagen, ich zahle lieber eine Million Euro Steuern als 10.000 Euro Steuern. Du hast auch genug verdient, wenn du eine Million Steuern zahlen möchtest. Das ist schon richtig. Ja, clever. Also wer jetzt bis zum Schluss durchgehalten hat, heute wird es wirklich mal sehr spezifisch über ein einzelnes Produkt. Man sieht schon, hier muss man halt neben dem Verständnis, wie funktioniert die Aktie, wie verdient die Aktie Geld, wo sehe ich die Aktie in der Zukunft, muss man halt auch ganz klar verstehen, wie funktioniert sein Produkt. Und bei einem Discount hat man gesehen, das kann ich auf zwei verschiedene Wege einsetzen. Ich glaube, zum nächsten Jahr werden wir im ersten Quartal uns vielleicht mal wieder ein bisschen Mana-Mana betrachten. Also quasi mal die großen Tech-Aktien, die wir regelmäßig mal zusammen anschauen und dann die Werte mal angucken. Aber ich fand es halt unglaublich interessant, auch mal zu zeigen, mit welchen Strategien man, wenn man ein Gespür für die Aktie hat, neben dem klassischen Buy and Hold, neben Day-Trading rein, raus, rein, raus, wo man sonst noch auch relativ elegant einen schönen Ertrag auf lange Sicht erwirtschaften kann. Und ich bin gespannt, vielleicht wirst du uns in einem Jahr, wenn du weiterhin bei Microsoft aktiv bleibst, dann wieder mal die Hosen runterlassen und zeigen, wo du dann so stehst. Gespannt wäre ich auf jeden Fall. Genau, also wie gesagt, wer das sehen will, der kann das regelmäßig auch bei DZB Portfolio, bei unseren monatlichen Veranstaltungen sehen, die wir da machen, weil es da regelmäßig auch um das Microsoft-Update geht. Da geht es aber auch um das Update mit der deutschen Post-Aktie. Das war besagte Aktie, wo das Zertifikat 50% im Minus lag. Wobei man auch sagen muss, die Aktie lag eben auch 50% im Minus. Also das gehört zur Vollständigkeit dann eben auch dazu. Aber trotzdem, 50% Kurs Minus sind nie angenehm. Egal, ob mit einem Zertifikat auf die Post-Aktie oder mit der Post-Aktie selbst, ist beides Mist. Auch wenn es nur Buchverluste sind, aber wir wissen beide, trotzdem schmerzen sie irgendwo. Jetzt hast du so oft DZB Portfolio erwähnt. Natürlich unten findet ihr auch einen Link dazu, weil wenn ihr vorbeischauen wollt, Tobias nach der Zeit hier hat das definitiv erwähnt, dass ihr dann mal vorbeischauen wollt. Vielleicht auch noch eins, weil du das eben so einfach mal zwischendurch. Das wäre in der Tat eine wertige Information. Also wer bis hierhin durchgehalten hat und jetzt noch eine Frage in den Kommentaren beantworten will, der ist jetzt bitte aufgefordert, an die Tastatur sich zu schmeißen und einfach mal zu sagen nach dem Motto, sollen wir dazu mal genau was im Live-Modus machen? Denn das wäre eine Geschichte, das macht ja dann wirklich Spaß, wenn man genau dann auch einfach mal so für zwei, drei verschiedene Konstruktionen einfach auch mal A, Discount-Zertifikate auswählt und ich habe das ja auch schon kürzlich mal im Podcast von der Welt gemacht, bei Alles auf Aktien. Da haben wir auch innerhalb der Sendung direkt bestimmte Sachen ausgewählt und das können wir natürlich auch gerne mit einem Suchtool machen, was wir dann einblenden. Ich würde dann ein anderes Tool benutzen, weil ich mich mit dem einfach schneller zurechtfinde. Da muss dann die Börse Stuttgart eben mal ganz stark sein, dass das ein anderes ist. Aber ich glaube, So selbstbewusst sind wir, glaube ich. Das kriegen wir dann auch. Das können wir dann machen. Aber sagt einfach in den Kommentaren, wenn ihr Lust habt, auf so eine Live-Veranstaltung, Discount-Zertifikate suche, in real, dann machen wir das. Das ist doch ein schönes Angebot zum Schluss der Aufzeichnung. Dir, Tobias, frohe Weihnachten und guten Rutsch. Bleib gesund und ich drohe dir jetzt schon mal Anfang nächsten Jahres melde mich wieder bei dir für ein nächstes Video. Alles klar. Gute Zeit. Bis dahin. Ciao. 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 Ciao.